hallo ihr lieben hier ist ohlala und so lala und es ist der käse im prinzip zweiter teil für alle die den ersten nicht gesehen haben dort haben wir veganen mozzarella gemacht und heute werden wir diesen wunderbaren käse mit süßkartoffeln machen ich möchte euch nur noch mal ganz kurz sagen weshalb mich vegane küche und auch veganer käse so interessiert weil es einfach eine sehr sehr gesunde ernährung ist und wenn man immer vergisst dass man im käse wenn man den gerne nascht und eine brotzeit ist sehr sehr viel fett drin hat und hier hat man kein fett ihr habt wahnsinnig viele tolle inhaltsstoffe ballaststoffe und es ist einfach wahnsinnig gesund und sehr sehr lecker und ihr seid komplett unabhängig und könnt jederzeit euren eigenen käse machen also ihr lieben was brauchen wir in diesem fall 100 gramm cashewkerne klar das rezept ist wie immer in der infobox die habt ihr zwei stunden mindestens aber gerne über nacht eingeweicht zwei süßkartoffeln etwa in dieser größe da gibt es ja von bis schälen und ab in den topf ich mache mal schnell an schwupp mit 400 milliliter wasser bitte schön auf kochen dass sie einfach gut durch ist die gibt uns nämlich die tolle farbe da ist sonst kein farbstoff dran sieht dieser käse nicht unglaublich aus die cashewkerne bitte einfach das wasser abschütten und dann braucht ihr noch den saft einer halben zikrone so das haben wir auch erledigt soweit sind wir ganz gut vorbereitet den stellen wir uns kurz zur seite jetzt müssen wir uns ans agar agar wenden und das ist bitte so der falls jemand noch nicht damit gearbeitet hat dass ihr das agar agar erst einmal im kaltem wasser anrührt also wir nehmen zwei esslöffel warte mal nicht dass mir da zu viel rein plumpst jawohl so sehr gut ein esslöffel zwei esslöffel wunderbar und das wird mit 200 milliliter wasser kalt angerührt und kalt angesetzt das agar agar ist eingerührt die süßkartoffel stecken wir kurz rein perfekt ist zehn minuten ganz gut geköchelt ich tue hier schnell mein töpfchen rauf und jetzt ist ganz wichtig dass das agar agar die ganze zeit unter rühren aufkocht und hier habt ihr natürlich den kennt ihr ja auch aus den acht besten küchenhelfern meinen lieblings mit dem kann ich wirklich gar nichts anbrennen wenn ihr das nicht richtig macht mit dem agar agar dann wird das nicht gelieren blub 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 ihr seht aufgekocht kurz zur seite vom herd runter und dann nehmt ihr euren blender und jetzt auch wieder ihr wisst ja ich probiere immer nur sachen aus und ich muss auch sachen so in meinen alltag einbauen dass das alles einigermaßen reibungslos funktioniert und deshalb ist es wichtig dass man immer alles dann gut zusammenmengen kann also hier ihr lieben die süßkartoffel mit der flüssigkeit die noch drin ist das sind ja die 400 milliliter die sind auf unsere ganzen anderen angaben so berechnet dass wir die flüssigkeit mit der süßkartoffel haben ab in den blender die 100 gramm cashewkerne über nacht oder mindestens zwei stunden vorher eingelegt rein damit unser toll aufgekochtes agar agar nichts verschenken alles rein da lasse ich nichts übrig da fange ich an geizig zu werden dann haben wir noch einmal zwei esslöffel von unseren hefeflocken die geben ein bisschen geschmack so paprika ich nehme sehr sehr gerne das geräucherte smoke paprika es ist wahnsinnig toll davon gebe ich jetzt auch einen teelöffel also im prinzip hier so einen halben esslöffel wenn mir das gelingt ja so rein damit und ich gebe auch noch eine prise von meinem smoky salz dazu solltet ihr diese sachen nicht haben könntet ihr auch liquid smoke dazu nehmen habe ich euch auch schon mal vorgestellt ist so ein räucherflüssigkeit und gibt auch so eine ganz würzige geräucherte note in euer essen so wir haben alles drin haben die paprika wir haben salz am agar agar wir haben die hilfe für zitrone natürlich die haben wir uns doch hier ausgepresst den saft einer halben zitrone schwupp rein damit deckel zu und ab in den es dampft es ist schon sehr sehr schön aber ich mache noch einmal weiter eine ganz tolle konsistenz flüssigkeit toll das duftet jetzt schon so ein toller käse ich habe es auch probiert man kann ihn auch überbacken und fertig so ich mache das jetzt hier in diese kleinen förmchen hier habe ich ein bisschen lauch reingemacht schwarzen sesam oder kümmel damit ihr seht so sieht das dann aus wenn ihr die käse stürzt nachdem sie im kühlschrank waren und ein paar mache ich aber auch ganz neutral ihr müsst das natürlich nicht in so kleine förmchen machen ich finde das nur ganz praktisch auch wenn man dann immer nur einen auf den tisch ihr könnt auch so größere schüssel nehmen und habt dann halt so einen großen käse aus dem ich natürlich schon eine kleine ecke rausstipitzt habe und jetzt fülle ich den einfach ein so ihr lieben hier ist es und wenn ihr euch nicht die farben gemerkt habt dann wisst ihr jetzt nicht mehr dass hier sesam hier lauch und da kümmel drin ist und in den beiden nichts aber das ist ja dann die überraschung wenn man sich stürzt gut ab in den kühlschrank damit so ihr lieben so sieht er aus wenn er dann gestürzt ist in dieser form und jetzt mache ich damit einfach noch einen kleinen brot teller ich schneide jetzt einfach mal den mit dem sesam an eine richtige schöne scheibe auf so einem crisp der mit lauch so so ihr lieben der zweite käse ist jetzt auch fertig der duftet schon ganz toll ich habe schon nur noch lust reinzubeißen ich hoffe dieses video hat euch gefallen ihr seht ja auch es ist gar nicht so kompliziert wenn ihr noch mehr über käse über weg gerne käse wie man sie machen kann wissen weil schreibt mir in die kommentare dann kann ich euch auch gerne nächstes mal zeigen wie ich den harzer mit kümmel gemacht habe habe ich nämlich mit sonnenblumenkern und nicht mit cashewkern gemacht also ihr lieben das war und so lala lasst es euch schmecken bleibt gesund und dann bis bald eure andrea selbstgemachter käse macht glücklich ich kann euch nur raten also ihr lieben schaut doch mal in dieses video oder auch in dieses